Wir haben hier 224 Liegeplätze neu gebaut im Boxenlaufstall und momentan wird noch die PV-Anlage fertiggestellt. Der Vorteil von der Photovoltaikanlage ist, dass wir die Energiekosten senken können und Strom produzieren können. Volkswirtschaftlich gesehen haben wir den Riesenvorteil, dass die Dachflächen, die sowieso da sind, auch sinnvoll genutzt werden. Wir sagen dazu intelligente Dächer und damit haben wir die Möglichkeit, über 50 Prozent des benötigten Stroms hier von der Sonne zu liefern. Hauptsächlich zu den Melkzeiten verbrauchen wir hier sehr viel Strom durch die Melkanlage. Dadurch macht das Sinn mit der Photovoltaikanlage, weil wir viel verbrauchen. Wenn wir dadurch Energie einsparen können, selber was produzieren können, kommt der Umwelt ja auch zugute. Photovoltaik ist nicht unbedingt das Kerngeschäft eines Landwirts. Das heißt, wir reden hier auch teilweise über relativ große Investitionen. Da sind wir von der Aachen Solartechnik bereit und können es auch entsprechende Alternativen aufzugeben, dass man trotzdem Photovoltaik nutzen kann, um günstige Energiepreise zu bekommen. Also mein Wunsch wäre das eigentlich, dass die Landwirte erkennen, dass sie ihre zentrale Schlüsselrolle in der Energiewende einnehmen. Und zwar den Sprung vom Landwirt zum Energiewirt durch ihre großen Dachflächen, die sie vorhalten. Ich freue mich, dass wir die Energie, die wir zur Produktion unserer Milch brauchen, jetzt nachhaltiger produzieren können und dafür auch was Gutes für die Umwelt tun. Musik Solomon Untertitelung des ZDF, 2020